Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. 1 kg Nutella 3,88 Euro. Wein Stefan haltbare Milch 99 Cent. 500 g Milliter Kaffee 3,99 Euro. 4 kg Speisekartoffeln 3,29 Euro. 4 Stück Kiwi Gold 1 Euro. 1 Stück Avocado 1 Euro. 250 g deutsche braune Champignons 1 Euro. 500 g dunkle kernlose Tafeltrauben 1,79 Euro. 500 g Roma Tomaten 99 Cent. 1 Stück bunte Salate mit Wurzel 1,19 Euro. 9 cm Narzisse 99 Cent. Meister Nürnberger Rostbratwürstchen 2,49 Euro. 500 g Hausmarke Würstchen 3,49 Euro. 60 g Klümper Schinken 99 Cent. 400 g Kassler Hähnchenschenkel 2,99 Euro. 350 g Hähnchen Innenbrustfilets 3,33 Euro. 800 g Putenschnitzel 6,99 Euro. 500 g Gulasch gemischt 4,44 Euro. 300 g Frische Cevapcici 1,99 Euro. Exquisa Frischkäse Zubereitung 99 Cent. Rougette Ofenkäse 3,99 Euro. 250 g Penny Käsescheiben 1,55 Euro. 50 g Schwarzbach Feinkost Kessel Gulasch 1,79 Euro. Nescafé Dolce Gusto Kapsel 9,99 Euro. Melitta Bella Crema 9,49 Euro. Knoppers Minis 1,99 Euro. Sonnenbassermann Kartoffel mal anders 1,99 Euro. Arla Caregarden 1,69 Euro. Rama Brot Aufstrich 1,29 Euro. Dr. Oetker Marmoette Spliss oder Paula Pudding 1,49 Euro. Lava Hefeknödel oder Riesenhefeklöße 1,69 Euro. Killbeggen Irish Whisky 10,99 Euro. Heidmann reine Zitronensäure 2,49 Euro. Sarotti Katzenzungen 1,39 Euro. Odol Mett 3 Zahnpasta 2,49 Euro. 2 Liter Fanta 1,39 Euro. 1250 ml Fanta oder Coca-Cola 85 Cent. 10 x 330 ml Coca-Cola 4,99 Euro. Vio Bio Limo 1,19 Euro. Blocher Blanc de Blancs Vin de France 2,49 Euro. Puder Backmischung 1,49 Euro. Bio Dinkel Frischei Waffeln 1,19 Euro. Weißer Riese Color Pulver 12,99 Euro. 1 kg Nutella 3,88 Euro. Elite Smoothie Joghurt 49 Cent. 80 g Stockmeyer Sportler Salami 1,29 Euro. Berieder Makrelen Filets 1,89 Euro. Vileda Alu Wäscheständer 24,99 Euro. Dr. Oetker die Ofenfrische 1,99 Euro. Kerrygold Cheddar 1,59 Euro. Fit Spülmittel 1,19 Euro. Hyundai Staubsauger 49,99 Euro. Spontex Perfekte Reinigungshelfer 3,99 Euro. Feuchte Reinigungsdücher im Megapack 2,99 Euro. Clever Clean 3,99 Euro. Puma Socken 6,99 Euro. Puma Herren Retro Shorts 16,99 Euro. Beldray Dampfbügeleisen 19,99 Euro. Rival Wäschewanne 3,99 Euro. Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Herzlichen Dank für's Zuschauen. 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 Herzlichen Dank für's Zuschauen.